Hallo, das ist die Martina und die Luisa. Wir testen diese Megasuce Horse Runners und ich möchte euch zeigen, wie cool die Luisa hier mit diesen Dingen über gefrorenen Boden geht. Als ob sie es gar nicht spüren würde. Zur Info, die Luisa hat eine Hufbeinabsenkung auf beiden Vorderbeinen und ist dementsprechend immer sehr sehr fühlig auf den Boden gegangen. Sie wäre vorher nie auf gefrorenen Boden überhaupt gegangen. Jetzt mit den Megasuce Horse Runners geht sie ziemlich ziemlich cool und man sieht auch, die halten echt gut drauf. Also wir haben sie jetzt zwölf Tage dran, sie laufen auch am Trail, sie laufen nicht nur auf befestigten Flächen, sondern ich lasse sie auch im Matsch herumlaufen und die Dinger halten extrem gut am Pferd dran. Also man sieht es da jetzt aus der Nähe mal, die sind draufgeklebt auf den Huf und das ist echt der Wahnsinn, wie cool die da dran halten. Und sie kann jetzt endlich richtig ziemlich cool damit durch die Gegend gehen. Das ging damals noch gar nicht. Also sie hätte damals nicht schmerzfrei gehen können. Und jetzt haut das wunderbar hin. Das Pony. Das ist echt ein bisschen lästig. Und ja jedenfalls es geht der Luisa sehr gut mit diesen House Runners und die halten extrem gut auch bei wirklich schlechten Bedingungen. Egal jetzt ob Frost oder Schlamm oder richtiger Gatsch oder so. Auch auf den Kunstrasen rutscht sie gar nicht. Auf den Paddockplatten rutscht sie auch nicht. Sie rutscht eigentlich nicht einmal wirklich auf Beton oder so. Also ein bisschen was halt normal ist. Sie rutscht jetzt nicht mehr oder sonst irgendwie. Also die Haftung mit diesen Schuhen ist schon unglaublich.